Langlebige und hochwertige Pinsel sind die Basis jeder Nagelmodellage. Bevorzugst du Acryl- oder Gelmodellagen? Liebst du filigrane Nailartmalereien oder klassische French-Spitzen? Mit den neuen Premium-Pinseln aus der Wellness Collection findest du für jeden Anlass das richtige Werkzeug. Auch die tolle Optik mit funkelnden Glitzer wird dein Herz sicher höher schlagen lassen. Neugierig? Dann begleite mich in die Welt der neuen Premium-Pinsel. Hochwertiges Arbeitsmaterial in luxuriöser Optik ist für dich die Basis deiner Arbeit? Dann sind die neuen Premium-Pinsel der Wellness Collection dein neues Must-Have der Nagelmodellage. Durch ihr besonders leichtes Gewicht liegen die Pinsel optimal in der Hand. Für den Fall, dass du deinen Pinsel doch einmal aus der Hand legen möchtest, werden die langlebigen Borsten durch eine gravierte Verschlusskappe geschützt. Eine spezielle Befestigung in der Metallzwinge vermindert lästiges Ausfallen der Pinselhaare. Sauberes und genaues Arbeiten kombiniert mit einer glamourösen Optik lässt deine Nageldesigns zu einem echten Vergnügen werden. Lass dich von der erstklassigen Verarbeitung und dem Material in bester Studioqualität überzeugen. Sieben verschiedene Ausführungen stehen dir zur Verfügung. Mit dem Wellness Collection Smile-Line-Pinsel gelingt dir spielend leicht eine exakte French-Spitze. Um einen perfekten Aufbau zu modellieren, nimmst du die Wellness Collection Katzenzunge zur Hand. Der Gelpinsel Größe 4 und der Gelpinsel Oval sind für die Full-Cover-Gel-Aufträge hervorragend geeignet. Besonders feine Nail-Art-Malereien gelingen dir wie von selbst mit dem Wellness Collection Fine-Liner. Akzente und detaillierte Effekte bringst du mit dem Wellness Collection French Ball auf deine Nägel. Für die perfekte Acryl-Modellage gibt es den Wellness Collection Acryl-Pinsel. Auch der wunderschöne Pinselstil wird dich mit vielen funkelnden Glitzersteinchen in Brillantform begeistern. Glamour und Qualität in einem, das sind die Premium-Pinsel aus der Wellness Collection. Eine ausführliche Übersicht der verschiedenen Pinsel findest du auch in unserem Online-Shop. Bis bald, deine Annika Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.